Zuletzt, da gab es immer mal wieder richtig Ärger beim FC Bayern München. Hintergrund waren nicht etwa irgendwelche Gerüchte rund um Transfers oder ähnliches. Nein, es waren Aussagen von Didi Hamann in Richtung Thomas Tuchel, die für Aufsehen gesorgt haben. Jetzt rudert der Sky-Experte zurück und entschuldigt sich offiziell bei Thomas Tuchel und dem FC Bayern München. Zudem gibt es neue Infos zu einem Blitztransfer von Brian Zaragoza zum FC Bayern München. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs haben gestartet und die aktuelle Tendenz, sie sieht ziemlich gut aus. Und auch bei Eintracht Frankfurt gibt es was Positives zu vermelden. Der Transfer von Hugo Ekitike steht wohl kurz bevor. Man kann da jetzt schon fast einen Durchbruch vermelden. Alles dazu und noch mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab, lass dein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Ja, es war eins der Themen, die uns in den letzten Tagen hier auf dem Kanal auch sehr beschäftigt haben. Didi Hamann hat eine massive Medienschelte in Richtung Thomas Tuchel ausgepackt. Er kritisierte ihn für die Spanien-Aussagen. Ja, Hintergrund ist Thomas Tuchel. Er wurde bei einem Fanclub-Besuch gefragt, wo er denn gerne mal noch trainieren würde, beziehungsweise auch über seine anderen Auslandsstationen, was er da so gelernt hat. Und da hat er auch über die spanische Liga gesprochen und die spanische Mentalität im Allgemeinen. Ja, und da so ein bisschen darüber gesprochen. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Liga ist. Und die spanische Mentalität ihm auch grundsätzlich gefallen würde. Und da ging so ein richtiges kleines Feuerwerk los bei Sky90. Da hat, ja, ich sage mal, Didi Hamann so richtig gegen Tuchel ausgepackt. Er hat gesagt, das geht gar nicht, dass er solche Aussagen bringt. Das würde die Bayern-Bosse auch nicht erfreuen. Und er redet hier darüber, dass er der Nachfolger von Xavi Hernandez werden will, dass er zu Barcelona will. Also er hat sehr, sehr viel in diese Aussagen rein interpretiert. Und das hat auch dazu geführt, dass sich jetzt eben auch die Bayern-Bosse zu Wort gemeldet haben und ein offizielles Statement rausgegeben haben. Und da auch gesagt haben, ja, nee, das lassen wir so nicht mehr zu. Das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Solche Falschaussagen über unseren Trainer, das stimmt alles nicht. Er hat nie über Xavi gesprochen. Er hat nie über Barcelona gesprochen. Er hat rein auf eine Frage von Fans geantwortet. Einfach über seine Auslandsstation, über Paris, über Chelsea, über England, über Frankreich und auch eben über Spanien gesprochen. Aber es ist nie ein konkreter Klub gefallen. Und jetzt hat sich tatsächlich der TV-Experte Didi Hamann zu Wort gemeldet und sich beim FC Bayern München und bei Thomas Tuchel entschuldigt. Er sagte, er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen. Er habe die Aussagen von Thomas Tuchel nicht richtig wiedergegeben beziehungsweise falsch interpretiert. Hintergrund ist, er hat wohl erst kurz vor der Aufzeichnung der TV-Sendung von den Aussagen des Bayern-Trainers erfahren und habe diese, ich zitiere, in der emotionalen Diskussion darauf Bezug genommen. Und so haben wir es halt gesehen, dann falsch wiedergegeben. Damit rudert der TV-Experte Didi Hamann oder auch Dittmar Hamann. Das ist einige von euch, die wissen gar nicht, dass er Dittmar heißt. Das war mir ganz, ganz komisch in den Kommentaren. Aber naja, auf jeden Fall rudert er hier zurück und entschuldigt sich bei Tuchel. Ob Thomas Tuchel die Entschuldigung annimmt, ob die Bayern diese Entschuldigung annehmen, das wage ich jetzt einfach mal in den Raum zu stellen, dass sie das tun werden. Trotzdem ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass diese beiden Parteien noch öfter aneinanderstoßen werden. Da sind in der letzten Zeit, in den letzten Jahren so viele Aussagen gegeneinander geflogen. Er hat Thomas Tuchel auch ja nicht nur für diese Aussagen kritisiert und das hat er nicht zurückgenommen, sondern es ging ja auch darum, dass er allgemein findet, dass Thomas Tuchel gar nicht zum Verein passt, dass der Trainer das weiß, dass der Verein das weiß und dass es jetzt eher nur noch so eine notdürftige Zusammenarbeit ist. Das alles sind Aussagen, die er getätigt hat. Das alles sind Aussagen, die er auch erstmal so im Raum stehen gelassen hat. Von daher bin ich mal gespannt, was wir dann in den nächsten Monaten noch erleben werden. Denn mittlerweile haben wir es von Tuchel auch öfter mal erlebt, dass er sich auch mal richtig wehrt. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich gut, dass die Medien dann auch mal auch von einem Trainer mal eine Ansage bekommen. Und Thomas Tuchel, er ist da auch vielleicht der Richtige, der gerne auch mal so den ein oder anderen TV-Experten oder möchtiger TV-Experten einschult. Wie seht ihr das ganze Thema? Ist es damit für euch beendet oder seid ihr immer noch kritisch gegenüber Didi Hamann eingestellt? Damit kommen wir zum nächsten Thema. Die Bayern stehen wohl jetzt wohl tatsächlich vor einem Blitztransfer von Brian Zaragoza. Ich habe euch heute Morgen oder heute Mittag darüber berichtet. Die Bayern haben Interesse daran, den Spieler zurückzuholen. Mittlerweile ist wohl schon klar, der Spieler hat den Bayern seine Zusage gegeben. Auch er wäre bereit, jetzt im Winter tatsächlich diesen Wechsel durchzuziehen. Auch er wäre bereit, jetzt im Winter schon zu den Bayern zu kommen. Und er hat auch schon Granada darüber, ja ich sage mal, informiert. Und Granada, sie sind eigentlich nicht so bereit, ihn ziehen zu lassen. Aber jetzt hat Fabrizio Romano quasi mit Veröffentlichung dieses Videos, also wirklich punktgenau, als ihr das Video seht, ist es eigentlich die Nachricht auch schon rausgekommen. Hat jetzt auch Granada die Bayern angefragt, bitte schreibt uns doch jetzt einfach mal ein formelles Angebot, gebt mal ein Angebot ab und dann werden wohl auch die Vereinsverhandlungen beginnen. Bedeutet ja, wahrscheinlich muss man ja einfach nur etwas den Geldhahn aufdrehen. Denn es ist halt meistens so, Granada ist letztendlich auch möglicherweise auf das Geld angewiesen. Brian Saragosa wird damit aller Voraussicht nach, wenn jetzt nicht Granada Unmengen an Geld verlangt, schon in diesem Winter zu den Bayern wechseln. Also sprich, heute oder morgen. Also viel länger geht es ja nicht, das Transferfenster schließt morgen Abend. Von daher muss es jetzt schnell gehen. Und wenn ihr jetzt nach konkreten Zahlen oder ähnlichem fragt, da ist wirklich absolut gar nichts bekannt, was die Bayern da noch an Geld obendrauf zahlen müssen. Jedoch gab es tatsächlich jetzt auch schon die Meldung, dass sie sich wohl auch schon tatsächlich mit einem Nachfolger, mit einem Ersatzkandidaten auf den Flügeln beschäftigen. Also Granada, sie sind wohl drauf und dran, schon einen kleinen Transfer noch zu tätigen. Jetzt schon in diesem Winter, um dann eben auch Saragossa ersetzen zu können. Es scheint ja also alles in die richtige Richtung zu gehen. Und es ist für mich auch der perfekte Move, den die Bayern machen. Wenn sie jetzt noch einen anderen Flügelspieler holen würden, Saragossa kommt ja eh in sechs Monaten zu den Bayern, dann würde man zu viel Konkurrenzdruck vielleicht einfach ausüben. Man hätte dann mit Saragossa und jetzt einem möglichen noch einen Flügelspieler zu viele. Und jetzt überbrückt man auch diese kleine Verletzungsperiode von Comar, von Gnabry. Man wüsste sonst nicht, wie man über die Flügel laufen lassen soll. Klar, Thomas Müller, Mathis Tell, alles schön und gut. Aber Saragossa ist halt ein waschechter Flügelspieler, ein gelernter Flügelspieler, ein schneller Flügelspieler. Und das alles in der Kombination wäre für mich eigentlich ein perfekter Transfer jetzt in diesem Winter. Wie gesagt, man muss sich beeilen. Das Transfer-Fernster schließt in genau 24 Stunden. Von daher bleibt nochmal abzuwarten, ob es dann wirklich klappt. Und ja, in den letzten 24 Stunden gibt es noch mehr zu vermelden. Denn anscheinend steht jetzt auch Eintracht Frankfurt kurz vor einem Transfer von Hugo Ickiticke. Denn wie jetzt eben vermeldet wird, Es gab wohl einen Durchbruch in den Verhandlungen mit Paris Saint-Germain. Das berichtet der Evening Standard. Demnach war jetzt das dritte Angebot der Frankfurter wohl erfolgreich. Es wird sich wohl auf eine Laie plus Kaufoption von über 25 Millionen Euro hinauslaufen. Und da muss man sagen, hat Eintracht Frankfurt hier schon echt eine richtig gute Shopping-Tour an den Start gelegt. Ja, sie haben sechs Winter-Neuzugänge geholt. Es ist eine Ansage, muss man wirklich sagen. Sie haben richtig Geld auf den Tisch gelegt. Sie haben viele gute Transfers gelandet. Unter anderem Sasa Kalajic, Donny van der Beek. Dann haben sie jetzt noch Bohaja geholt. Also da sind wirklich einige Transfers gemacht worden. Und das ist quasi jetzt, ich weiß gar nicht, Kalajic, van der Beek oder Hugo Ickiticke. Welcher ist jetzt der Königstransfer? Kann man gar nicht so genau sagen. Wie gesagt, die letzten Details für den 21-jährigen Mittelschirmer, die sind noch zu klären. Man hat jetzt noch 24 Stunden Zeit, aber es scheint so, dass es gut aussieht. Aber es ist hier eben auch nur eine englische Quelle, die über diesen Durchbruch, diese Einigung berichtet und auch gar keine konkreten Zahlen benennt. Eine Bestätigung seitens deutscher Medien, sprich, keine Ahnung, Sky-Bild oder sonst was, das steht noch auch. Auch französische Medien sind bis dato noch ruhig. Von daher müssen wir noch mal schauen, ob wir dann auch jetzt hier die offizielle Bestätigung zumindest mal aus Deutschland oder aus Frankreich bekommen. Das sind aber die ersten Meldungen, die uns jetzt hier eingetrudelt sind. Das soll es von mir gewesen sein. Was haltet ihr von den Themen von heute? Eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.